Hier, die Anne hat auch erzählt hier von dem Gespenst hier im Dschungelcamp hier, und ich glaube hier, heute Nacht habe ich es auch gesehen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es hier, und hier, ich schalte die Aare auf hier, weil pennen kannst du hier nicht vernünftig hier, die Nächte sind der Horror hier im Dschungelcamp, ich schalte die Aare schön auf, und dann vielleicht können wir das Gespenst einfangen, und dann haben wir wieder Ruhe im Camp hier, da können wir ein bisschen ratzen hier, ein bisschen pennen, und ich sag euch Bescheid, bis dann, macht's gut.